So, hallo zusammen. Hallo Carlos. Ein wunderschönen guten Morgen. Zweite Mal darf ich hier Gast sein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Willkommen zum Market Roundup, genau. Heute wieder mit Carlos. Heute auch wieder mit spannenden Themen, wieder ein bisschen positiveren Trend, kann man sagen. Die Märkte sind vermehrt wieder grün. Und da werden wir gleich auch direkt reinblicken. Wir können sonst mal uns die Agenda für heute angucken, was uns in den nächsten 30 Minuten so erwartet. Wir gucken uns die Erholung an. Ich habe es gerade angesprochen, DAX, SOP 500, NASDAQ. Also wir haben einige Indizes, die mal wieder mit Kursgewinnen da waren. Dow Jones diesmal umgekehrt. Das war der Einzige, der eigentlich, zumindest in den USA, keine Kursgewinne verzeichnen konnte. Dann hatten wir Jackson Hole. Also wir hatten ja letzte Woche die große Woche. Entweder Nvidia oder Jackson Hole. Was wird positiv, was ist negativ? Am Ende war es beide eigentlich so latent positiv, kann man sagen. Schauen wir drauf. Ja, Quartalszahlen schauen wir drauf. Und wir haben Indikatoren, die eher so eine etwas wirtschaftliche Schwächephase zeigen. Also wir haben gemixte Quartalszahlen, gemixte wirtschaftliche Indikatoren gehabt. Und wir werfen heute einen Blick auf Caterpillar. Wir haben ja schon mal öfter gesagt, Bauindustrie, müssen wir uns mal angucken, scheint an der einen oder anderen Ecke doch irgendwie gerade so, sich rein zyklisch am Boden zu befinden. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es eigentlich Kursgewinne bei den großen Bauunternehmen. Also wir haben Caterpillar gesehen mit super Quartalszahlen. Und ja, in Summe kann man eigentlich sagen, war das eher, eher positiv. Wir blicken aber zuerst mal auf unsere Indizes. Und ich wechsle direkt mal rüber in unseren Chartrein. Und ja, wir sehen es hier beim DAX. Wir befinden uns hier oben immer in dieser Konsolidierungsphase, in der man nicht so richtig nach oben kommt und nicht so richtig nach unten. So richtig viel Bewegung am Markt hat man nicht so. Also Urlaubszeit. Ich bin froh, wenn der August rum ist. Also wenn ich meine Kollegen, Broker, alle rechts und links, die sind froh. Dieses Jahr, der August, war sehr komisch. Ja, war so Range. Ja, was für unsere Strategien gar nicht so schlecht sind. Aber ich freue mich. Und das ist die, wie sagt man, die beste Jahreszeiten jetzt Anfang des Jahres und jetzt September, Oktober, November. Das sind coole Zeiten. Es gibt ja diese schönen Sprichwörter. Sail in May. Go away. Come back in September. Wir haben jetzt kurz vor September. Also vielleicht geht die Action bald zumindest wieder los. Wenn wir uns das Ganze mal auf Wochensicht ansehen, dann sehen wir am Ende, ja, dass wir ein bisschen mehr Bewegung zumindest hatten, was das betrifft. Also wenn wir jetzt mal uns eine Woche weiter bewegen, hier vom letzten Montag, wo wir gesehen haben, es geht weiter bergab, bergab, bergab. Ging es diese Woche so ein bisschen sprunghaft wieder bergauf, kann man so sagen. Also hier endet uns ungefähr die Woche. Also wir haben grundsätzlich einen recht positiven Trend gehabt. Freitag ging es dann nochmal ein bisschen bergab. Am Ende der Woche hatten wir aber auch eigentlich eine Summe, eine positive Woche. Was kann man, das kann man sagen. Ja, wir hatten Jackson Hole. Wir hatten Anleihen generell als großes Thema. Man muss sagen, auch in Europa natürlich immer wieder ein bewegendes Thema. Also Anleihenrenditen, die sich immer mal wieder einem etwas höheren Punkt widmen. Grundsätzlich kann man aber sagen, gab es halt diese Einkaufsmanager-Indizes. Es gab Quartalszahlen und die haben alle eher mehr darauf hingedeutet, dass die EZB vielleicht doch ein bisschen auf die Zinsbremse treten sollte. Und das hat sich ja so ein bisschen mit dem verstärkt, was auch in den USA gesagt wurde. Auch da hat man gesagt, ja, wir gucken mal, was die Indikatoren bringen. Zinserhöhungen sind nicht ausgeschlossen, aber sie stehen jetzt auch nicht unbedingt fest. Also eigentlich so sehr latent. Und ja, diese Woche blicken wir eigentlich ein bisschen darauf, was von der EZB in der Richtung kommt. Weil da rechnet man aktuell ja noch mit einem ganzen Schritt an Zinserhöhungen. Also einer soll noch kommen. Die Märkte würden aber tendenziell eher keinen gerne sehen. Also wir haben letzte Woche auch mal wieder vermehrt Insolvenzen im Haus, im Häuserbaumarkt, in den Projektierern gesehen. Also hier in Hamburg verstärkt, auch in Düsseldorf. Und all das ist ja eigentlich eher so ein Konstrukt, wo man auch sieht, dass diese Industrie kollabiert so langsam, muss man sagen. Es wurden natürlich in den letzten Jahren auch sehr viel darauf aufgebaut. Aber grundsätzlich ist dieser Teil der Industrie natürlich immer so ein Überindikator für die Konjunktur. Und wenn da halt so der erste Baustein oder die Bausteine oder die Klötzchen fallen, wir kennen das ja aus der Vergangenheit, dann schlägt sich das gerne in der Gesamtindustrie wieder. Gleiches sehen wir gerade in China. Und so zeichnet sich das eigentlich auch in Gesamteuropa ein bisschen ab. Auf Wochenbasis haben unsere Indikatoren letzte Woche, und die sind eigentlich sehr stabil und sehr gut, die ersten Short-Signale generiert auf Wochenbasis. Und da sind wir fast in allen Indizes, Nasdaq, Dow Jones, Stocks, DAX, eigentlich eher Richtung Süden unterwegs. Bin gespannt. Das ist auf Wochenbasis jetzt nicht ganz kurzfristig, ob sich das bewahrheitet. Und genau, also man sieht es ja auch hier, wir nähern uns immer wieder mehr eigentlich diesem gleitenden Durchschnitt, den wir hier unten haben, an. Das Volumen könnte gerne mal ein bisschen höher sein. Auch da ist nicht so richtig viel los. Und wenn wir jetzt mal einen Blick in die USA werfen, da sehen wir ein relativ ähnliches Bild, kann man so sagen. Also auch hier gucken wir uns die Indizes mal an. Wir sehen ganz gut, auch hier haben wir natürlich nicht ganz so eine starke Konsultierungsfrage, aber auch immer so eine Zick-Zack-Bewegung. Und so richtig weiß der Markt eigentlich gar nicht, wo es denn hingeht und wo so die großen Trends hingehen. Wie gesagt, hier im S&P 500. Wir sehen aber immer so ein bisschen was anderes natürlich im Dow Jones, der ja immer so ein bisschen nachzieht. Und wenn wir auch auf den Nasdaq blicken, ist der ja auch immer so ein bisschen überproportional. Weil wir waren hier in der Phase, wo wir sogar unter dem gleitenden Durchschnitt hier waren, im Nasdaq und auf Wochenbasis, ist das Ganze sogar noch spannender. Weil da sehen wir dann doch wieder Bewegungen, auch wenn es, man kann sagen, Bewegungen mit relativ wenig Volumen ist. Also auch hier sehen wir das quasi einmal, wenn wir uns hier quasi die Woche angucken, die, ich zeichne sie mal ein, ja dann hier gestartet ist, haben wir so diese Treppchenbewegung, die bergauf gegangen ist, dann wieder runtergekracht ist und dann doch jetzt wieder so ein bisschen bergauf geht. Und da ist natürlich insbesondere in der letzten Woche Nvidia das große Steckenpferd gewesen. Wir hatten da eigentlich positive Quartalszahlen. Die Messlatte war sehr hoch. Man hat sie nochmal übertroffen, kann man sagen. Was sich aber auch gezeichnet hat, und das ist das, wo gerade eher der Markt so ein bisschen charakteristisch für ist, ist ja, dass man eher immer so wieder dabei ist, in den oberen Etagen quasi sich wieder seine Gewinne mitzunehmen und wieder so diesen Trend noch bergab geht. Also wir haben es bei Nvidia gesehen, wir hatten ein sehr positives Momentum, teilweise 10, 15 Prozent die Aktien plus, ist dann wieder deutlich nach unten gekommen und waren dann auf der Wochenbasis trotzdem noch so 1,5 Prozent im Plus. Was man aber sieht, wir haben nicht diese Beise-Dipp-Mentalität, wie wir das in den letzten Jahren sehr stark hatten. Also immer, es geht nach unten und es wird immer wieder gekauft, sondern tendenziell eher genau das Umgekehrte, dass man anfängt, so ein bisschen die Gewinne oben auch mal dann wieder mitzunehmen, die man hat. Und das ist eigentlich keine so positive Tendenz, wenn man auf so eine Gesamtmarktsicht blickt. Wird spannend, was der September bringt. Wie gesagt, Jackson Hole hat nicht ganz klare Äußerungen gebracht. Auch da ist es so, ja, wir blicken auf die Daten. Aber diese Woche Freitag, ne, Arbeitsmarktzahlen? Genau, genau. Wir blicken auf die Daten, deswegen findet der Markt das eigentlich ganz gut. Die Daten waren nämlich tendenziell eher schlecht. Ich habe es angesprochen, die Wirtschaftsindikatoren waren schlechter als gedacht. Der Einkaufsmanager-Indizee kämpft so an dieser 50 in den USA und da sieht man einfach in Summe, ja, dass die Wirtschaft so langsam wirklich ihren Schaden trägt. Und du hast es angesprochen, wenn jetzt Arbeitsmarkte da kommen und die was ähnliches zeigen, dann, ja, Tendenz zumindest zu weniger Zinserhöhungen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Auch der Hauser-Markt auch in den USA, nicht nur in Deutschland unter Druck. Wir werfen nochmal einen Blick auf den Hang Seng, weil da gab es ja jetzt so mal die erste positive Bebenbewegung, kann man so sagen. Also auch hier, wenn wir uns die Woche angucken, die quasi hier gestartet ist, dann sehen wir da, dass man so ein bisschen Aufatmen hatte. Wir haben ja diese Stempelsteuer, wie wir hier sagen, wurde halbiert in Asien. Also so als erste Maßnahme, um diesen Markt auch zu stärken. Also man zahlt nur noch die Hälfte an Kosten, wenn man Aktien verkauft. Freut natürlich generell den Aktienmarkt, weniger Steuern findet er immer gut. Und wenn wir uns auch den Nikkei angucken, der profitiert mal wieder von, man kann so sagen, einem schwachen Yen. Wir hatten ja, wo ist hier der Montag genau? Wir haben hier den Montag gehabt, haben dann hier Jackson Hole auch gehabt und am Ende sieht man, dass das positiv für den Markt am Ende aufgenommen wurde, weil es wieder ein schwacher Yen ist. Und ein schwacher Yen ist nun mal gut für die Wirtschaft, gut für den Export. Wir haben ja Toyota, wir haben Komatsu, diese ganzen großen Blutschips haben gesagt, sie haben einen 2 Milliarden Dollar Profit, den sie sehen durch diesen schwachen Yen. Also die freut es, vielleicht andere, die große Position jetzt nur im Yen halten, eher nicht. Aber da ist mal wieder so ein positives Momentum in der japanischen Wirtschaft. Und wir sehen das hier auch, also es ging ja diesen steilen Berg bergauf. Jetzt ist man in so einer Phase, die sich in der Mitte konsolidiert, also zumindest auf höheren Niveaus quasi sich eigentlich gerade... Wir haben heute auch auf Tagesbasis ein Long-Signal bekommen im Nikkei. Ich habe den nicht genommen, weil du jetzt auch gerade da siehst, dass es nicht so eine richtige Konterbewegung ist, sondern eher so eine Range, wo ich sage, es gibt schönere Bilder, um irgendwo einzusteigen. Ja, absolut, absolut. Das siehst du. Sieht man auch sehr, sehr stark, wenn man sich das hier anguckt auf diesem Bild. Da sieht man da oben so ein richtig gutes Momentum. Haben wir hier noch nicht. Genau, wir gehen nochmal rein in die Quartalszahlen der letzten Woche. Und wie gesagt, es war noch einiges los, es wird weniger. Aber großer Fokus war auf Invidia. Die waren aber nicht die einzigen. Wir starten trotzdem mit diesem gigantischen Chip-Hersteller. Ich glaube, sie hatten noch nie so viel Fokus wie gerade. Der Umsatz ist gigantisch gestiegen um 88 Prozent. Eigentlich nur getrieben fast von diesem Data Center. Gaming und die anderen Sparten bleiben relativ konstant, kann man sagen. Auch die haben etwas positives Wachstum. Man sieht sie ja Rekordgewinn, der um 850 Prozent höher lag als im Vorjahr. Man hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Also es geht einem gerade sehr, sehr gut. Trotzdessen muss man echt sagen, dass die Bewertung immer noch sehr, sehr hoch ist. Und sie eigentlich immer noch weiterklettert. Also der Umsatz zieht zwar gerade überprofessional nach, aber ich habe es ja schon mal angesprochen, über 1000 Milliarden Dollar quasi wert. Und dementsprechend hat man noch relativ kleine Umsätze, die man aktuell dagegen rechnet. Aber 90 Prozent Marktanteil im KI-Markt, der gerade halt sehr, sehr stark boomt. Diese Large Language Models sind gerade die, die eigentlich fast nur mit Nvidia-Chips laufen. Und davon profitiert man. Und ja, was haben wir gesehen bei Moderna? Ja, Moderna war ähnlich, kann man so sagen, aber in einer ganz anderen Richtung. Die haben nämlich auch den großen Marktanteil zusammen mit BioNTech, wenn es um die Covid-Impfstoffe geht. Und ja, in den USA und auch hier jetzt wieder verstärkt geht es um das Thema, was macht der nächste Winter? Was macht Corona? Viele erwarten eine relativ große Welle, kann man so sagen. Und es zeigt sich wieder, dass man doch mehr Impfstoffe wahrscheinlich braucht, um diesen Trend zu bekämpfen. Und die Aktien hat es zumindest ein bisschen gefreut. 11 Prozent im Plus, 9 Prozent im Plus. Ubisoft war auch mal wieder im Plus. Da ging es jetzt um dieses Thema Übernahme Microsoft von Activision Blizzard, die wir ja seit längerer Zeit verfolgen. Und eigentlich mal so langsam hoffen, dass es jetzt mal umgesetzt wird. Zumindest, glaube ich, aus Aktionärs Sicht. Nun kam halt aus, dass Microsoft quasi Ubisoft erlaubt hat, die Lizenzen für die Spiele zu nutzen. Hier sieht es ja, Rechte für 15 Jahre wurden abgetreten. Das bedeutet eigentlich, oder man möchte damit auch verdeutlicht zeigen, hey, wir sind gar nicht so das Monopol. Wir teilen und wir geben Rechte ab und wir fördern damit eigentlich die Konkurrenz. Ja, Ubisoft-Aktie hat es insbesondere gefreut. Und ja, Snowflake waren so die Nächsten. Und das ist so ein bisschen auch die Verbindung, die man oben sich zu Nvidia ziehen kann. Weil die genau das machen, was Nvidia auf der Infrastrukturseite so ein bisschen anbietet. Also ganz einfach gesagt, baut Nvidia die Chips und all die Software, um diese Large Language Models irgendwie zu bauen. Oder auch andere KI-Lösungen. Und Snowflake bietet das Management auch an von diesen Daten, von diesen riesigen Datenmengen, die man irgendwo bereitlegen muss. Diese Datenmengen, die irgendwie gemanagt werden müssen. Diese Cloud-Infrastruktur dazu, das bietet Snowflake an. Auch die hatten positive Quartalszahlen. Auch die sind sehr, sehr hoch bewertet. Schon seit längerer Zeit, kann man so sagen. Aber ja, mal ein positiver Trend. Auch hier, man sieht es, das Großkundengeschäft. Und das ist halt genau das, was auch sehr stark abhängig ist von diesem Trend der aktuellen. Wir gehen nochmal weiter. Ein paar kleine haben wir noch. Affirm. Wir haben ja letzte Woche über Etienne gesprochen, die 30 Prozent runter sind. Affirm, kann man sagen, ganz gegensätzlich. Die sind 30 Prozent nach oben. Kamen auch von niedrigen Niveaus, kann man so sagen. Aber man lag über den Markterwartungen. Also als großes Unternehmen, schwieriges Marktumfeld. Man ist weiter gewachsen. Der Verlust hat sich reduziert. Also alles, was man gerade gerne so sehen möchte. Schwieriger lief es insbesondere bei Footlooker und bei Dix, kann man sagen. Footlooker ist ja so ein bisschen gerade unter dem Trend, dass man das Sortiment eigentlich so ein bisschen verliert. Also die großen Unternehmen, insbesondere Nike, geht halt dazu über, D2C zu machen. Genau, genau, im eigenen Online-Shop das zu verkaufen. Und Footlooker verkauft ja mehr oder weniger eigentlich nur andere Marken. Und ja, man ist in den letzten Jahren eigentlich auf sehr, sehr niedrige Bewertungen gekommen. Also wir hatten teilweise KGVs von unter fünf, die wir hier gesehen haben. Was viele Investoren eigentlich angelockt hat, weil man gesagt hat, das ist sehr, sehr günstig. Ja, die Quartalszahlen waren aber tatsächlich auch hier deutlich. Also man hat einen Quartalsumsatzrückgang von zehn Prozent. Generell hat man Ladendebstähle, wo man eigentlich nicht so weiß, was man machen soll. Also jeder kennt vielleicht so langsam diese Videos, die es auch gibt in Kalifornien und so, wo man einfach Leute in den Laden rennen und klauen, kann man so sagen, nachdem es diese Gesetzesänderungen dort gab. Und ja, man weiß nicht so richtig gerade, was man eigentlich... Was ist das für eine Gesetzesänderung? Die Gesetzesänderung ist mehr oder weniger, dass es nicht unter Strafe gestellt wird, wenn man, oder entkriminalisiert wird, kann man sagen, wenn man einen Diebstahl von ungefähr 950 Dollar oder niedriger nur hat. Vorher lag die Grenze deutlich tiefer. Und das Ziel war es eigentlich so ein bisschen, die Gefängnisse leerer zu bekommen. Hat aber in vielen Videos zumindest jetzt davon zugeführt, dass halt Leute in den Laden stürmen, Sachen klauen und wieder rausrennen und man sie nicht so richtig belangen. Wusste ich gar nicht. Muss ich dir mal zeigen, genau. Es ist ganz spannend. Ich weiß natürlich nicht, wie die Situation vor Ort ist. Aber auch, wie gesagt, Footloaker hat damit zu kämpfen. Und ja, damit ist die Aktie jetzt eigentlich nochmal eine Ecke günstiger geworden. Dollar Tree kann man sagen und Macy's haben auch Quartalsgewinne vorgelegt. Die Ergebnisse waren auch gut. Hier war es wieder der Ausblick, der missfallen hat. Ja, es sind einfach Einzelhändler und ist so ein bisschen der ähnliche Trend, wie wir ihn hier auch oben gesehen haben. Geht gerade alles etwas zurück. Die Laune zum Kauf geht zurück. Und ja, auch die sind beide gefallen. Und zum Abschluss nochmal Paletten, die ja, glaube ich mal, richtig, richtig teuer waren. Also wir haben es ja gesehen, wir haben es auch hier verfolgt im Market Joint. Diese Trend zum Fahrrad war in Corona, glaube ich, ein Riesentrend. Und irgendwie kommt man aber einfach nicht wieder in den grünen Bereich. Ich glaube, gerade haben die Leute auch so ein bisschen andere Sorgen, als sich das nächste Neuste teuerst. Die Älteren wissen das. Es gab ja schon diese Sportfahrräder, die dann irgendwann in den Schlafzimmern, bei meinen Eltern war das auch so, als Kleiderbügel nachher genutzt worden ist. Also ich glaube, Dustin, wir sollten Paletten anrufen, mit denen eine Kooperation machen, weil ich glaube, der Live-Trading-Raum, wenn wir alle auf dem Fahrrad sitzen und ein paar Kilometer und dann parallel treten, dann machen wir zwei Dinge, die gut sind. Wir machen was für unser Kapital und gleich für unsere Herz-Rhythmus-Störung. Also Paletten, falls du zuhören solltest hier, ja, ist eine gute Symbiose mit unserem Live-Trading-Raum, Streaming direkt auf diesen großen Monitor. Weil ich war im Hotel vor kurzem und da hatten sie in diesem Zimmer so einen Paletten. Die sehen schon sehr stylisch aus. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber das ist doch mal eine Idee. Investments und Trading von Paletten, also meldet euch gerne bei uns. Wir gehen nochmal weiter mit einem Blick in unser Market-Short-Hub-Depot. Wir haben ja letzte Woche nach eurer Wahl Novo Nordisk dazu gekauft. Da auch nochmal vielen Dank an Armin, an die Gespräche. Es war sehr interessant, nochmal wirklich diese Bedeutung von gerade diesen neuen Medikamenten sich vor Augen zu führen. Ich habe heute auch nochmal Nachrichten gehört und das ist ein richtiges, also da sind auch viele Industrien dabei, von dem Hersteller von Spritzen bis hin nachher die Short-Kandidaten, wie große Firmen in Amerika, die da unter Leidenschaft. Das ist ein richtig großer Kampf zwischen denen, die abnehmen, auf andere Art machen und die das Medikamentös machen. Also wie gesagt, spannende Insights, die wir da nochmal bekommen haben, fand ich auch tatsächlich sehr spannend, das nochmal so wirklich einzusortieren. Was ist Insulin? Was ist Diabetes? Was sind das eigentlich für Spritzen? Also wer da nochmal genauere Informationen haben möchte, lass uns da gerne nochmal sprechen. Fand ich total spannend. Wie gesagt, die Aktie hat sich seitdem ganz positiv entwickelt. 1,5 oder fast 2% im Plus. Auch Canadian Pacific, Kansas City haben wir hier dazu gekauft. Wir haben letzte Woche auch eine Investmentwerkstatt dazu gemacht, haben uns nochmal die Unternehmen genauer angeguckt und auch an der Stelle nochmal einige Kaufentscheidungen für unser Depot hier getroffen. Sehr, sehr spannende Branche. Ja, Luxusjachten. Ich habe letztens von unseren Werkstudenten hier gehört, wir sollten uns auch mal Luxusjets angucken. Das scheint momentan auch so ein Thema zu sein. Luxusjets, also... Genau, also wirklich die Privatflugzeuge. Aber wir können in Summe quasi auch hier sehen, ja, einige positive Entwicklungen natürlich vom Gesamtmarkt. Und BioNTech hat es uns auch mal ganz gut getan. Bonovia stark weiter unter Druck. Ich bin gespannt, wo die Reise hier weiter hingeht. Ja, und hier vielleicht auch da mal ein Blick hinter den Kulissen, auch mal ein riesen Dankeschön, glaube ich, an dein Team, die jede Woche hier den Research machen. Und gerade an Lukas und Tom, die im Hintergrund alle Analysen hier machen. Absolut, also großes Lob ans Research. Wie gesagt, wird diese Woche auch noch weiter ausgebaut. Wie gesagt, Donnerstag geht es auch noch mal weiter. Es kommt quasi mehr und ohne die natürlich nicht darstellbar. Absolut. Großes Dank daraus. Wir gehen weiter. Und gut, damit beginnen wir auch mit einem Blick auf Caterpillar. Ihr habt es ja angesprochen, Baubranche. Eigentlich, wir haben es gesehen, Häuserbranche unter Druck. Aber generell, so die Baubranche stellt man sich eigentlich vor sehr, sehr zyklisch. Und eigentlich ist das irgendwie auch so. Aber Caterpillar schafft es eigentlich sehr gut, momentan zu performen. Also die Quartalszahlen sehr gut, die Geschäftsjahresberichte waren sehr gut. Das hat natürlich was damit zu tun, dass man nicht nur Häuser baut, sondern in dem ganzen breiten Segment der Baubranche aktiv ist. Begonnen hat das Ganze 1925, kann man sagen, mit Traktoren, die man gebaut hat. Also Traktoren in verschiedenen Modellen. Und die wurden natürlich flexibel eingesetzt, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch für andere Zwecke. Und begonnen mit den Baumaschinen hat es eigentlich erst so, als man ein deutsches Unternehmen gekauft hat und angefangen hat, in diesem Bereich auch aktiv zu werden. Dann kamen irgendwann die Dieselmotoren dazu, die Leistungsstanken, die man entwickelt hat. Man hat die in dieser schönen gelben Farbe die Maschinen quasi bemalt, kann man sagen. Und es ging immer weiter. Man hat dann neue große Projekte gebaut. Also alles Große, was man so kennt, da waren fast immer in der Vergangenheit Caterpillar-Maschinen auch mit dabei. Also wenn man an den Hoover Dam denkt, an die Golden Great Bridge, an die größeren Damme, die auch in Asien gebaut wurden, da ist man immer sehr aktiv gewesen. Und das hat auch Wachstum einfach gebracht, kann man so sagen. Und 1970 gab es dann auch wirklich diesen Umschwung. Dann wurde man noch globaler. Mittlerweile wird der Großteil dieser Umsätze international erzielt. Man ist trotzdem natürlich in den USA aktiv, aber man ist wirklich, und wir sehen es gleich nochmal auf der Karte, global aufgestellt. Und geht jetzt auch immer mehr in diese Schiene, diese Vollelektrifizierung auch von vieler dieser Fahrzeuge. Also wir haben es ja bei John Deere schon mal gehört, und da sprechen wir auch im Donnerstag übrigens nochmal drüber, diese vollelektrischen Traktoren sind halt so das große neue Ding, diese autonomen Traktoren. Und da ist man auch tatsächlich sehr, sehr aktiv. Man hat eigentlich drei große Segmente, von Bauen bis zu Traktoren, bis zu Spezialmaschinen und Finanzservice natürlich wie immer. Und ich zeige hier nochmal einen weiter, denn da sieht man das ganz gut, wie global wirklich Caterpillar aufgestellt ist. Also alles, was hier so gelb aufgestellt ist, da ist man irgendwie wahrscheinlich irgendwo aktiv. Also nicht alle dieser Länder, aber man kann ganz gut sehen, 47 Händler gibt es in Nordamerika, 45 in diesem Euroraum, 31 in Lateinamerika und in der restlichen Region gibt es hier nochmal 37. Also man ist ja nicht so ein Händler wie jetzt der Audi, wo man nochmal reingeht, sondern es sind ja wirklich riesige Händler, auch richtig teure Maschinen. Also die kosten schnell mal auch hunderte Tausend, kann man so sagen. Und man ist wirklich in der gesamten Welt eigentlich aufgestellt. Also 193 Länder, die man eigentlich bedient. Und da merkt man schon, es geht wirklich halt nicht um lokales Unternehmen, sondern es geht um die weltweite Bauwirtschaft. Und das ist auch das, worüber man in den letzten Jahren profitiert hat und wie man sich eigentlich auch zum Marktführer gemausert hat. Also hier sieht man es 2020 ein bisschen älter, zeigt aber trotzdem ganz gut, wie dieser Baumaschinenmarkt aufgeteilt ist. Und zwar ist sie sehr segmentiert, weil natürlich alle haben so ein bisschen ihre lokalen Helden, kann man so sagen. Aber Caterpillar ist halt Marktführer in diesem Bereich. Wir haben da noch so ein paar etwas kleinere und diversifiziertere Unternehmen. Also wenn wir jetzt mal so in den Asienbereich gucken, da sind wir hier mit Komatsu, einen der größten Händler. Aber wir haben auch Liebherr dabei, die man nicht so einfach investieren kann. Aber ein bisschen was, was man auch kennt, wir haben auch Autohersteller, die in dem Bereich aktiv sind, wie Volvo. Die sind ja auch tatsächlich ein sehr breit aufgestellter Konzern, kann man so sagen. Das ist aber so ein bisschen der Markt. Und der Markt ist segmentiert und man ist trotzdem halt Marktführer und in vielen dieser Bereichen aktiv. Und das liegt zum Teil halt daran, dass man nicht nur, wie man sich das vorstellt, Baumaschinen macht, sondern halt wirklich in drei große Segmente eigentlich unterteilt ist. Und das sehen wir hier nochmal. Wir haben diese Construction Industries, also diese klassischen Baumaschinen, kann man so sagen. Hat man im letzten Quartal und dann Blick, es ist gut, wenn man den Blick mal hier runter schweifen lässt, im letzten Geschäftsjahr, 25,3 Milliarden Dollar Umsatz erzielen kann. Das ist Wahnsinn, oder? Mit Maschinen, mit großen Maschinen, die man verkauft. Also alles, was man sich so wirklich vorstellen kann. Baugewerbe, Untertagebau, all das, was so der klassische Maschinenmarkt ist, das macht man in diesem großen Construction Industries Bereich. Und das Schöne ist, und deswegen merkt man auch, dass dieser Trend sich so ein bisschen mehr glättet. Man verdient mittlerweile sehr, sehr viel Geld auch mit Software und Wartung. Weil natürlich man die Maschinen rausgibt und das ist ähnlich wie bei so einem Auto, das man verkauft. Es muss gewartet werden, es muss repariert werden. Und bei so Spezialmaschinen ist das auch gar nicht so einfach. Und dementsprechend hat man da eigentlich so ein sehr gutes, immer wiederkehrendes Business über diese Wartung von den Maschinen. Und dementsprechend auch ein etwas weniger zyklisches Geschäft in dem Bereich. Der zweite Teil sind diese Resource Industries. Und da fällt... Darf ich nochmal ganz kurz fragen, wenn du mir die Zahlen auch anschaust? Kennst du diesen Gebrauchtmarkt? Gibt es da Unternehmen, die diese Baum... Weil ich kenne einen deutschen Baumaschinensucher, glaube ich, oder sowas. Wie sieht der Markt dort aus? Weißt du das? Du bist ja immer da sehr tief drin in allen den Werten. Aber wie sieht der Gebrauchtmaschinenbaumarkt aus? Gibt es da große Unternehmen? Also es gibt halt Maschinen, die halt auch von den Großen weiterverkauft werden. Also wenn man halt ein Projekt abschließt, man kann auch Maschinen leasen. Das ist auch immer wieder mehr ein Geschäft. Wie jetzt dieser genau segmentierte Markt aussieht, wie man jetzt gebraucht, ob es sowas wird, wie wir kaufen dein Auto für... Genau, Auto 1. Für Bagger, das kann ich dir tatsächlich nicht so sagen. Es wäre mal ganz spannend. Aber es ist halt natürlich etwas in einem größeren Maßstab, muss man hier immer sehen. Die Maschinen kosten ja nicht nur ein paar Tausend Euro, sondern umso größer es wird, wenn man sich diese großen Radlader uns anguckt, die sind ja richtig, richtig teuer. Und dementsprechend auch immer sehr stark mit Großunternehmen verknüpft und Großunternehmen mit ihren Projekten verknüpft. Und ich denke, da wird das so ähnlich sein wie in vielen anderen großen Betrieben, dass man einen Teil der Maschinen wahrscheinlich als festen Fuhrpark hat und einen anderen Teil sich immer mal wieder leased und dieses Leasing halt nutzt auch, um die Maschinen halt ein bisschen flexibel für die Bauprojekte einsetzen zu können. Wartung ist aber halt wirklich ein großes Thema. Das ist eine Riesenzahl da mit 25 Milliarden. Absolut. Entschuldigung, ich wollte dich nicht aus dem Tritt bringen hier. Nee, du siehst ja auch, wie sich das hier entwickelt hat und du siehst aber auch so ein bisschen die Zyklik, die sich natürlich hier ergibt. Also eigentlich so eine Boomphase diesmal wieder gab. Mit Corona, da wird logischerweise nicht so viel gebaut. Jetzt haben wir wieder eigentlich so eine Boomphase 2022. Wahrscheinlich 2023 mit steigenden Zinsen. Tatsächlich waren die letzten Quartalszahlen aber wieder gut. Also 22 Prozent wieder Umsatzwachstum. Natürlich, wir wissen, dass es rückt immer so Stück für Stück am Ende nach. Aber diese Zyklik versucht man halt so ein bisschen rauszunehmen. Und dementsprechend hat man auch diese anderen Segmente halt verstärkt aufgebaut. Wir sehen diese Resource Industries. Dieser Bereich hat jetzt so ein neues Hocherreicht mit 12 Milliarden. Was ist das am Ende? Es geht wirklich stark um Rohstoffindustrie. Rohstoffe, die immer knapp sind auch und wo man auch richtige Spezialmaschinen baut. Also da geht es so viel um Bergbau, um so richtig große Maschinen mit Bagger, wie man sie kennt. Und insbesondere in dem Bereich hat man halt einen sehr, sehr hohen Alleinstellungsgrad, weil diese Maschinen am Ende auch nicht so einfach hergestellt und nicht so einfach gewartet werden können. Also man kann jetzt nicht zu jedem anderen Händler gehen, sondern das muss halt wirklich auch am Ende Caterpillar machen. Und da das so kompliziert ist, trauen sich da auch relativ wenige auf diesen Markt. Das ist nicht so einfach, die ganzen Maschinen zu entwickeln. Und es ist halt ein Segment, was sich aber sehr positiv eigentlich entwickelt, weil Rohstoffe natürlich mit Rohstoffknappheit immer wieder ein großes Thema sind. Unten sieht man Energy and Transportation. Auch hier sieht man so ein bisschen wieder die Zyklik. Also man sieht es generell hier in 2020, dass überall das doch immer wieder eingreift und auch wahrscheinlich in Zukunft sich weiter durchziehen wird. Aber Energy and Transportation ist so ein bisschen so ein Mix, so ein Konglomerat, wo man auch so Sachen unterfasst, wo man ja vielen Bereichen hilft, Energie nutzbar zu machen. Also da geht es tatsächlich auch um Turbinen, um Gasturbinen, da geht es um große Motoren, die darüber gelaufen wird. Also wirklich viele Bereiche, kann man so sagen, wo es darum geht, diese Energie nutzbar zu machen oder zu transportieren. Und auch das ist ein Segment mit 23 Milliarden, was gigantisch groß ist, kann man so sagen. Und auch ein Segment, was in den letzten Jahren, wie gesagt, immer weiter gewachsen ist. Und natürlich auch in diesem Zyklus, dass wir hohe Energiekosten haben, auch auf fruchtbaren Boden quasi trifft. Ja, was in den All-Others-Segmenten halt so drinsteckt, sind so ein bisschen eigene Händler, die man betreibt. Wir haben gerade eben dieses Händlernetzwerk gesehen. Die meisten werden von Caterpillar nicht selber betrieben, sondern nur in enger Absprache, kann man so sagen. Das heißt, das Händlernetzwerk fällt gar nicht in das Segment rein, abseits von Japan. Dort betreibt man diese Filialen selber. Aber da fällt insbesondere auch dieses Finanzbusiness rein. Und Finanzbusiness kann man sich so vorstellen wie bei VW. Irgendwie müssen diese teuren Maschinen gut finanzierbar sein. Und am Ende hat man gesagt, ja, okay, das machen wir selber. Und wir werden gleich sehen, auch im Snapshot, dass dadurch auch so ein bisschen die hohe Verschuldung zustande kommt des Unternehmens. Weil das halt so üblich ist in diesem klassischen Finanzgeschäft, dass man viel mit Fremdkapital auch arbeitet. Trotzdem ein Segment, der auch ein Segment, das hier auch weiter gewachsen ist, auch wenn man es hier in diesem Product-Segment sieht, dass ja natürlich irgendwie auch diese Maschinen an den Mann gebracht werden müssen. So ein bisschen schwierig zu sehen, ja, wie werden die höheren Zinsen sich da durchschlagen? Weil die ja natürlich in der Finanzierung auch irgendwie weitergegeben werden müssen. Und ja, so eine 100.000-Euro-Maschine mal zu finanzieren, kann man sich vorstellen, ist auch gar nicht mal so günstig. Ja, und wir gehen mal in den Snapshot rein. Da verdeutlicht man das Ganze nämlich nochmal. Wie gesagt, 109.000 Mitarbeiter weltweit, wenn man die Card-Dealer dazu nimmt, sogar nochmal eine ganze Ecke mehr. 1,8% Dividende und das ist, wie gesagt, das letzte Quartal, was ich gerade eben angesprochen habe, was sehr positiv war. Also 22% Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, Margen haben sich verbessert. Und dann sieht man mal wieder ein bisschen immer, ja, wenn Margen sich verbessern, dann ist das eher so ein gutes Segment dafür oder ein guter Grund dafür, dass man doch in einem Segment aktiv ist, in dem man eine hohe Macht hat und in dem man gut Preise auch diktieren kann. Wir haben das bei den Lokomotiven ganz gut gesehen und hier ist das so ein bisschen ähnlich. Auch wenn der Markt zerklüfteter ist, es ist nicht so einfach jetzt mal zu wechseln. Die Leute müssen ja auch angelernt werden auf den Maschinen. Am Ende ist alles so ein bisschen unterschiedlich. Wartung ist ein Thema. Das heißt, man kann gut Preise diktieren und das ist auch hier passiert. Diese Preisdiktierung hat dazu geführt, dass sich die Margen sogar verbessert haben in der aktuellen Zeit. Es gab dafür nochmal ein paar Abschreibungen, muss man sagen, wenn man auf den Goodwill, also auf Investments, die Caterpillar auch getroffen hat. Was wir aber sehen, die Aktie hat sich sehr gut entwickelt in den letzten zehn Jahren, hat sich fast verdreifacht. Kann man sich ausrechnen, was das für eine durchschnittliche Rendite ist und die Dividende ist halt auch nicht schlecht. Wir sehen die ja hier in Orange, die sich immer weiter abhebt. Also Nachfrage ist eigentlich noch da beim Endverbraucher. Preise können gut bestimmt werden, Lagerbestände werden abverkauft. Also scheinbar zumindest ein bisschen wieder Planbarkeit. Und nichtsdestotrotz haben wir immer noch relativ hohe Lagerbestände und man muss sich so ein bisschen gucken, wie halt da in der Zukunft auch dieser Abverkauf weiter aussehen wird. Der Markt soll weiter wachsen, kann man sagen. 6% in den nächsten oder bis 2026. Wie gesagt, insbesondere mit Baumaschinen hier, das sind die großen Konkurrenten. Was man aber dazu sagen muss, dass dieser Markt halt meistens nicht stetig wächst. Also auch wenn man in die Vergangenheit geguckt hat, hatte man so Wachstumsraten über längere Zeiträume von ungefähr 5%. Jetzt soll es sogar ein bisschen noch hochgehen. Wir kennen die ganzen Infrastrukturpakete. Also wir sehen, wenn wir auf die Karte gucken, dann wissen wir, wo muss viel passieren in Sachen Infrastruktur, in Sachen Bergbau, in Sachen Rohstoffe. Ja, das sind halt insbesondere auch die Industrieländer. Und was wir sehen, ja, hier unten gibt es vielleicht nur wenig Wachstum, aber insbesondere die großen Industrienationen sind halt die, die aktiv werden müssen. Auch wenn man in Richtung Energiewende blickt, da muss viel gebaut werden. Also diese ganze Grundkonstruktion muss am Ende über diese Maschinen abgebildet werden. Aber die Zyklik ist halt auch da. Und das darf man bei diesen Aktien am Ende nie vergessen. Wenn halt eine Gesamtwirtschaft gerade so ein bisschen zurückgeht, dann trifft das oftmals auch diese Unternehmen, auch wenn sie sich gerade noch gut halten und insbesondere auch, wenn sie halt schon so gut gebaut sind. Wenn es ist mal ein Kölkermarkt, wenn man langfristig dann plant und sagt, okay, sind diese Situationen, diese Zyklen ja eigentlich ideal, um solche Schwergewichtler da mit reinzuholen. Genau, genau so kann man es sagen. Ja, was haben wir nochmal auf der Pro- und Contra-Liste von uns? Wir haben, wie gesagt, Reduktion auch dieser Kosten durch die modernen Maschinen von Caterpillar. Das ist tatsächlich eine Effizienzschaffung, die man da auch hat. Wir haben, wie gesagt, eine Marktführung, weil wir teilweise sehr spezielle Maschinen haben. Da kann gar nicht so viel auf den Markt eintreten, weil sich viele das gar nicht trauen. Und ja, wir haben halt Industrien, die ziemlich resilient als Gesamtkonstrukt sind, weil sie alle meistens breit aufgestellt sind. Sie hängt zwar an der Wirtschaft, ist aber doch über lange Zeit gesehen sehr resilient, kann man sagen. Auf der Contra-Seite haben wir halt das Thema, dass da auch ganz schön viel Energie konsumiert wird bei diesen ganzen Maschinen. Also man kann sich vorstellen, wie viel Diesel und so die benötigen. Also auch der Betrieb kostet viel und auch dieser ökologische Wandel spielt da natürlich eine Rolle. Theoretisch könnte man auch sagen, okay, es gibt irgendwann immer mehr Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir müssen weniger neu abbauen, wir müssen weniger neu quasi kreieren, weil immer mehr im Kreislauf erwirtschaftet wird. Das würde natürlich auch so ein bisschen die Nachfrage langfristig dämpfen, kann man sagen. Ja, und wir sehen es halt, dass China gerade so ein bisschen im Kollaps steht oder zumindest nicht so richtig wieder in Schwung kommt. Und das ist einfach ein Effekt, kann man so sagen, der auch die Aktie treffen kann. Und wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss uns nochmal den Chart wirklich hier angucken und ich gehe nochmal auf die Caterpillar-Aktie, dann sehen wir, wir sind wirklich gut gelaufen über, das ist jetzt der DAX, hier ist Caterpillar. Ja, wir sind wirklich gut gelaufen über die letzten Jahre und ich habe hier mal diese Trendlinien eingezeichnet, die sich eigentlich immer wieder versteilt haben und das haben sie halt hier auch wieder nach den letzten Hochs gehabt. Also wir hatten wieder positive Quartalszahlen. Das heißt, hier haben wir wieder so einen positiven Trend bekommen und das ist natürlich schon eine Aktie, die ziemlich heiß gelaufen ist, kann man sagen. Also eine Aktie, die sehr positiv gelaufen ist. Das ist nie ein Indikator, dass es jetzt unbedingt aufhört. Das kann theoretisch auch was Positives sein, aber wir sehen es, wir haben die letzten Hochs, die wir eigentlich hier so in dem Bereich hatten. Also wenn man hier auf diese Ebene guckt und auch hier so das Hoch, was wir hier hatten, wieder durchbrochen und haben jetzt eigentlich schon wieder die nächste Ebene erreicht. Also wirklich immer so eine Versteilung und wir sind auch eine ganze Ecke vom gleitenden Durchschnitt entfernt. Also keine Aktie, die günstig ist, aber auch von vielen Analysten trotzdem noch recht positiv gesehen. Also man sieht hier keine riesigen Kursziele, aber so im Konstrukt mit den relativ stabilen und steigenden und auch relativ hohen Dividenden, Renditen, die man erzählt, hat man doch auch noch einige Kaufempfehlungen, zumindest auf Analystenseite. Ja, das zu Caterpillar. Ich starte mal die Umfrage und ihr kennt das Spiel, dürft gerne einfach einmal abstimmen. Bin gespannt. Was wir denn jetzt mit Caterpillar machen. Umfrage ist gestartet, genau. Und während ihr abstimmt, dann gehen wir nochmal weiter zu unserer nächsten Woche, die kommt. Heute ist noch dran HP, kann man sagen. Wir haben nochmal Best Buy auch, also nochmal so ein bisschen Richtung Konsum geht es die Woche noch. Dann haben wir Cyber Security, wir haben es von Palo Alto gesehen, die gute Zahlen hatten. Wir haben aber auch schon welche, die schlechte Zahlen hatten. CrowdStrike ja auch immer wieder so in Konkurrenz, insbesondere zu den großen Bestehenden. Okta, ja Salesforce, wir haben nochmal ein bisschen Chip mit Broadcom, UBS, Lululemon. Also es wird weniger, ihr seht es. UBS bin ich gespannt mit der Übernahme. Absolut, genau. Ich glaube, es wird nochmal spannend. Wir sind auch nochmal große Unternehmen, auch nochmal viele, die trendweisend sind, kann man sagen. Wir haben hier zweimal Cyber Security drin, mit Sentinel One, die ja auch so ein bisschen großer Konkurrent sind von CrowdStrike. Wir haben viel Konkurrenz im Chipmarkt gehabt, viele Themen dazu. Also es wird nochmal spannend, auch wenn es weniger wird die Woche. Und du hast es gerade eben angesprochen, wir haben eine spannende Woche auch noch, was Zahlen betrifft, Inflationsraten in Deutschland, auch nochmal Inflationsraten in Europa, Einkaufsmanager-Indizes, die ja so um die 50 kämpfen. Damit soll wirklich kurz davor stehen, eventuell in so einen Kollaps zu kommen. Genau, Arbeitslosenquoten in Deutschland, in den USA, Eurozone. Also wichtige Zahlen, die kommen, kann man so sagen, in dieser Woche. Und wir haben natürlich noch so ein bisschen was am Programm auch diese Woche. Wir haben am Donnerstag zum ersten Mal den Aktien-Roundup als unser neues Format. Also daher nochmal in Kürze gucken wir uns in dem Falle dir in Company an am Donnerstag. Und wie viel Uhr? 10 Uhr, 10.05 Uhr, quasi gleiche Zeit wie der Market-Roundup. Etwas kürzer, es geht wirklich nur um die Aktie. Ist aber, glaube ich, sehr spannend, insbesondere so im Hinblick von den Maschinen, die wir gerade gesprochen haben. Landwirtschaft ist da zwar mehr das Thema, ist aber trotzdem noch ein Bereich. Und nachmittags haben wir natürlich die Aktien-Wertschat. Wir gucken uns die Bauindustrie an, aber auch gerne weitere Titel, die ihr am Petro habt. Ich habe einige Titel von denen, die ihr mal angefragt hattet, mal ausgewertet und unser Scoring-Modell gepackt. Sprechen wir dann am Donnerstag drüber. Ja, und ihr kennt das Thema kurzfristig. Ist es vielleicht riskant, langfristig ist es riskant, nicht aktiv zu werden. Ich schaue mal mit einem Blick auf unsere Umfrage. Und Armin ist auch Weltklasse. Caterpillar, John Deere. In meinem ersten Leben war ich Maschinenbauer, bevor ich über den zweiten Bildungsweg Arzt wurde. Der große Junge würde kaufen. Sehr gute Research, Dustin. Sehr cool, Armin. Sehr gut. Überrascht mich auch immer wieder. Wer, 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 ach, also deine Meinung scheint ja wirklich in vielen Bereichen hier gefragt zu sein. Sehr, sehr spannend. Auch die Umfrage zeigt in Richtung Kauf, muss man so sagen. Trotz des recht Teuren. Ich lasse es nochmal ein bisschen auf. Wir könnten auch zum Abschied einmal draufdrücken. Und ja, Carlos, damit sind wir auch schon wieder am Ende. War mir eine große Ehre. Und bin immer begeistert, was für ein Research ihr da betreibt. Sehr tief reingeht in die Werte. Also ein toller Mehrwert. Ich hoffe, für die Klub, die da auch hier, könnt ihr gerne mal Feedback auch da nochmal abgeben. Also, dann wünsche ich uns allen eine volatile Woche. Ich hoffe auch. September startet ja wieder am Freitag. Freitag haben wir für alle Gäste, die zuhören, Freitag haben wir auch ein Webinar für den Bereich Trading. Also, wer da auch Interesse hat, gerne, gerne, gerne. Recht herzlich eingeladen. Okay. Danke, Carlos. Danke an alle und bis Donnerstag. Ciao. Ciao.